Guten Tag, ich bin nochmal da. Guten Tag. Ja, es ist das letzte Mal gar nicht so lange her gewesen. Das war doch nichts für Sie. Nein, das hat mir nicht gefallen. Das hat nicht geklappt. Wissen Sie, also ich war ja da beim Bürgermeister im Büro, im Vorzimmer. Ja, und? Ja, das hat mir nicht. Die haben dann immer rumgemeckert mit mir, weil ich habe den Kaffee zu stark gemacht. Da konnten die den ganzen Tag nie in Ruhe schlafen.